Bereits Freitagabendladen Klassiker wie Mein kleiner grüner Kaktus oder Veronika der Lenz ist da mit den Comedian Harmonists in die neue Bühne nach Senftenberg. An allen drei Wochenendabenden erzählt das Theater die Geschichte des Berliner Vokalensembles von seiner Gründung 1927 bis zur Auflösung 1935. Bis heute gelten die Comedian Harmonists als eine der beliebtesten deutschen Gesangsformationen. Die liebevolle Hommage von Gottfried Greifenhagen und Fritz Wittenbrink ist von Freitag bis Sonntag jeweils um 19.30 Uhr auf der Hauptbühne zu erleben. Auch die Tagebücher der Brigitte Reimann stehen an diesem Wochenende auf dem Spielplan. Ich bedauere nichts gibt am Samstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 15.00 Uhr auf der Studiobühne spannende Einblicke in das widersprüchliche Leben der Schriftstellerin in der DDR der 1950er und 60er Jahre. Brigitte Reimann wird am 21. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.